er ist vorsichtig hoch warum hattest du gerade einen Stern über deinen Armen? oh man ja das ist zwar nicht nein nicht ok ich bin tot was? du bist auf der GTA oder was? ja komm rein du bist so oft gestorben in den letzten 5 Minuten das war knapp das Ding ist ja wichtig alter gut überhaupt nicht auffällig ok ich lass den oh nein wer schießt denn er? achso du auf dir du auf dir oh the fuck the fuck hoch hoch ich lande auf dir ok warte stabilisieren so ich bin gelandet ich bin wirklich gelandet wie krank ist das wie krank ist das? oh ich rutsche es ab bitte nicht nach oh Jesus Christ ich bin tot was? 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 ich hab's wieder geschafft er ist nackt bin ich nackt ey niemand sieht mich oder? nein ich durfte eine Glacze oben ich rutsche ich rutsche ich rutsche ich rutsche ich rutsche dass man sich hier nicht ducken kann ist irgendwie kacke dunge oder dass man hier jetzt immer Munition nachfüllen kann also lol das ist auch so erst mal hier rein fahren ach du tu's nicht tu's nicht tu's nicht wir sterben wenn du jetzt auch du wir gehen doch alle drauf hier was machst du denn? ah ich s- was macht ihr da ja? guck mal Danny Junge SWAT 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 wo wegen euch hab ich jetzt die Bolna mal oh ich bin tot was? was ist passiert? das ist so ich hab den Bogen nicht ganz raus ah was ist das denn hier? oh ich hab's geschafft das ist richtig das ist richtig schwierig ja man darf man braucht einen gewissen Speed aber ich bin tot wenn du einmal in diese Rille reingekommen bist kommst du aber nicht mehr ich hasse die zum absurde sein die ist ehrlich schlimm ey hit mich mal er hängt an der ersten Rampe yo was ist das denn? das ist Mitta er hängt siehst du ihn da hinten? du bist gar nicht da NEEEIN 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 guck mal ruhig mal nicht gesehen ja ramm mich scheiße wie ich euch das sehe voll wie er das macht da aber ich komm nicht vorwärts ich will nicht respawn dennis was machst du? scheiße dennis scheiße hat's gepackt und wie ist die Luft da oben? er ist da leise wie ist die Luft da oben? ah da wird er oben ich komm dem Berg hier gar nicht hoch nein er hat da langsam gebracht er hat's auch gepackt nein hat er nicht doch hat er nein hat er nicht nein nein links lenken sonst bist du da drinnen wieder ahaha ich hab's er hat dich gerampft ich hab extra ich hab extra versucht dich nicht zu rammen links links ich mach doch links NEEEIN oh fucking ich bin noch drauf mit dem Vorderreifen wenn er das jetzt auch packt ja fahr so fahr so fahr so und lass so so oh fucking hell ich kann nicht mehr hast du voll ansprungen bekommen ich kann nicht mehr ich will nicht wieder von vorne jetzt anfangen ich komm immer näher du musst wieder weiter nach vorne bekommen oh ich krieg gleich Spaß mit in meiner Hand bei diesen Bewegungen hier die ich mache jetzt bin ich tot oh mein god so jetzt mit Vollspeed einfach wie habt ihr das gemacht? seid ihr schnell gefahren? Vollgas sind wir da gefahren ab ja er schafft es oh mein god oh mein god hast du es geschafft? oh gott scheiße man da bin ich runtergefallen da bin ich runtergefallen da bin ich runtergefallen nicht mehr wielave die in ... Bei